Leute, ich begrüße euch zur weiteren Runde von Magic Club. Wir sind wieder am Start. Letzte Runde haben wir ja endlich mal Chapter 3 durchgeballert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Rein theoretisch müsste ich ja eigentlich... Ah, hart. Ah, guck an! Sehr gut. Jetzt machen wir nämlich auf hart. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so... Ne? Wie soll die denn aus? Wow. Also, wow. Okay. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir hier jetzt nicht so weit kommen. Ja, weil... Ich bin nicht so erfahren. Was? Das wäre es genau. Wo ist es genau? Wo ist es genau? Wo ist es genau? Da kommt schon zwei davon? Sorry. Sorry. Wenn du mit Target-Hittern... One-Stack-of-Polzen... Ach, das ist... Ah, jetzt kann ich das... Ah, das ist ja cool. Jetzt kann ich das so picken. Oh, das ist ja richtig geil. Ich... Es ist ja... Ah, ne, warte mal vorbei. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn die da Dingens dabei haben, ne? Lass mich das doch auf den Boden fallen. Oder? Ja. Da geht nicht. Ähm... Ähm... Da kann richtig Scheiße bei rumkommen, das lieber nicht. Aber ich muss sagen, das mit diesem Areal hier... Das ist schon ziemlich geil. Ich hoffe, dass... Ich krieg das Relikt-Upgrade. Ja! Relikt-Upgrade! Leute, what the fuck? Gut, gut, gut! 32 Damage? Haut rein! Das ist gut! Vor allem ist es, glaube ich, sogar noch größer geworden, ne? Kann das sein? Ja, drei Orte weniger. Puh! Ich fand, ich glaube, das noch mal geabraded werden könnte. Ist ja richtig cool! Da brauche ich gar nicht rein zu gehen. Das macht noch keinen Sinn. Das ist schon ziemlich geil. Das ist ziemlich blöd. Das macht das. Das macht's ganz gut. Ah! Ähm... Okay! Ich hab... Okay. Okay. Wow, zwei Stück schon. Krass. Mh, cool. Oh, ja. Immer das mal mit. Das ist aber nicht so geil. Ja, ich brauch halt jetzt mal auch mal so Spels, wo man sich so denkt, oh okay, rein in den Jürger. Okay. Okay. Wow. Was passiert hier, meine Fresse? Waaah? Okay. Okay. Wow, okay. 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 Ich hab doch auf mir dämlich zu machen, mann! Und jetzt habe ich auch noch Kritt. Oh! Was haben wir hier unten? Oh, warte mal. Nice. Grand Crown Skrill! Ich finde es geil, dass es die neuen Monster sind. Das ist voll super. Eine mega geile Abwechslung hier. Oh boy. Ja, das ist krass, aber das hier ist krass. Das ist krass. Nein, hm... ein Maine Wind nicht. Aber warte mal, das ist eigentlich gar nicht so . Wenn ich den Dingens wieder bekomme, dann hat sich das Problem hier hergelegt. Der, den, 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 sag mal schnell, ja, Fluchentferner. Perfekt. Das ist ja perfekt. Ich f*** der ja dann auch. Ach, oh. Oh mein Gott, was zählt? Ich glaube, ich krieg bald den Entferner. Der ist ja machbar, oder? Also, ich sag mal so, ne? Der ist schnell runtergegangen mit dem Leben. Oh mein Gott, gibt das so viel. Oh mein Gott. Was zum Henker ist denn hier nicht in Ordnung? Ja, aber das ist schon besser eigentlich bei wem. Ach, scheiße. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. I try it. I try it. I try it. Ich hab mich kriegt bald, ey. Wir gucken mal an. Das ist sicher. Ich Democratic. Ich frage dich! Ich trage dich. Ich trage dich. Ich trage dich. Und dein, also. Ich trage mich. Ich trage dich. Ich trage dich. ich glaube ich hätte es nicht machen sollen oder ich spiele hier das erste mal hartnode auf hardcore was ist das mein leben sagt auch gleich schuss also also jetzt ist also langsam ist echt gut oder zum glück habe ich noch den schild wahrscheinlich nicht schon feiern naja okay also nur sie gut ja Oh, okay. Oh, HP. Oh, warte mal. Ja, den nehme ich kurz. Ich brauche den Chris. Remover. Mann. Das ist woher, na? Ähm. Ähm. Jo, wie groß sind die denn? Alles klar, Leute. Oh, that's all I want to fight. Oh, okay. Far. Da ist ja noch einer. Jetzt kann jemand nicht lesen, was da steht. Ich fühle dich ein bisschen blöd. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt muss ich den Boss kommen. Immer noch nicht. Ich habe 24 Leben. Das wird nicht gut ausgehen. Hallo, Boss. Ja, also keine Ahnung. Also das war leider echt nicht so geil. Muss ich leider sagen. Also von der Idee her ja, aber dieser scheiß Curse, der hat echt alles vernichtet. Echt scheiße. Da, da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab jeden Fall euch tatsächlich nichts. Also, gib mir Mannu, warum denn ich? Ja, Mannu, also... 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 Ja, Mannu, weißt du, hier kommt der, hier kommt der. Ist das dumm, Alter, wirklich. Ja, Mannu, also... Ich find echt wahnsinnig, ne? Ja, okay, Leute. Aber ich geh hier einfach drauf gleich, weil ich die ganze Zeit so dumm damage takee. Das ist doch einfach unfassbar. Meine Güte! Ach, komm! Leck mich! Leck mich! Was ist das? Oh, der eine, komm. Du bist so ein... Also noch mehr Dämmich darf ich echt nicht taken. Sonst ist Schicht im Schacht hier. Ich kann ihn nicht mehr anst, aber ich kann ihn nicht mehr anst, aber ich kann ihn nicht mehr anst. Ich kann ihn nicht mehr anst, aber ich kann ihn nicht mehr anst, aber ich kann ihn nicht mehr anst. Oh, der ist okay. Okay. Der ist okay. 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 Das war mein einfacher Boss. Okay. 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 Now it's time tonight. Dankeschön. Oh, money. Oh, money. Das sind nicht nur drei, das sind sechs. Was? Okay, was das funktioniert, das wusste ich jetzt nicht. Schön in der Ecke bleiben und einfach mal ein bisschen die Seele bauen lassen. Oh, Gott. 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 Oh. Oh, Gott. kaum habe ich wieder ein bisschen leben schon ist mein leben wieder futsch junge alle chill noch mal ein bisschen dein leben meine güte noch eins aber das kann ich nicht machen also eigentlich hatte ich ja was vor gehabt aber einfach ein verkackter movement kuppel ich bin leider so sieht es aus so ich mal rein in die kacke da so aber ich verabschiede mich in die nächste folge haut rein und auf wiedersehen